Jensik Niemiecki, Mova Potoczna. Ich komme gleich, warte kurz auf mich. Hast du das wirklich nicht gewusst? Ich kann heute nicht, vielleicht morgen. Was hast du gestern so gemacht? Ich habe es dir doch gesagt, oder? Das ist aber echt seltsam. Willst du heute Abend mitkommen? Du musst mir unbedingt Bescheid sagen. Könntest du mir bitte helfen? Es hat so lange gedauert, ich bin echt genervt. Ateras! Das ist so lange gedauert, ich bin echt genervt. Das ist so lange gedauert, ich bin echt genervt.